Sitzung des Wahlausschusses eine Woche nach der Kommunalwahl. Der unabhängige Ausschuss trifft sich, um das amtliche Endergebnis zu präsentieren. Auch die Pannen bei der Briefwahl oder die Fehler am Wahltag werden nochmal thematisiert. Im Vorfeld der Sitzung entschuldigt sich Wahlleiter Martin Murack dafür. Doch für einige Mitglieder im Wahlausschuss ist das nicht genug. Wir müssen ja oder mussten heute entscheiden, dass das rechnerische Ergebnis korrekt ist, damit es dann auch bekannt gegeben werden kann und dann gegebenenfalls geprüft werden. Und für mich ist dann schon wichtig, bevor ich sage, das ist rechnerisch richtig, zu überlegen, kann es hier Einflussfaktoren gegeben haben, die das beeinflussen, dass das Ergebnis nicht richtig ist. Weil ansonsten stehen wir natürlich dumm da. Wir beschließen ja ein Ergebnis, was hinterher als nicht richtig festgestellt wird. Denn die Wahl lief nicht ganz reibungslos ab. Bereits im Vorfeld sind 1500 Briefwahlunterlagen verschwunden. Stadt und Post sind sich immer noch nicht einig, wer daran Schuld hat. Auch am Wahltag selber gab es Probleme in den Wahllokalen wie im Duisburger Stadtteil Rheinhausen. Dort hatte die Stadt das falsche Wahllokal auf den Wahlbenachrichtigungen einiger Wählerinnen und Wähler drucken lassen. Und über diese Einflussfaktoren wollen die Ausschussmitglieder nochmal sprechen, bevor sie abstimmen. Wichtig ist ja, wie viele Bürger durften oder konnten nicht ihre freie Wähler entscheiden, wählen zu gehen. Die, die wählen konnten, war das richtig. Aber die Frage ist ja, wie viel konnte ich teilnehmen. Und ob das auf die Gesamtanzahl von den Ratsmandaten Bezirksvertreter Einfluss hätte können. Deswegen konnte ich mich nicht ruhig in Gewissen heute entscheiden darüber. Für den Wahlleiter unverständlich. Die Pannen werden im nächsten Wahlprüfungsausschuss ausführlich besprochen. Es gäbe aktuell keinen Grund, dass die Wahlergebnisse durch die Probleme verfälscht wurden. Da kann man jetzt den Ergebnissen nicht final vorgreifen. Also insofern weiß ich nicht, ob es nicht doch Konstellationen geben könnte, wo einzelne Bewerber vielleicht dann hinterher dann doch nicht ihr Mandat antreten können. Aber im Moment habe ich keine Erkenntnisse darüber, dass das in irgendeiner Weise der Fall sein könnte. Neben Problemen bei der Briefwahl wurde der Wahlkampf in Duisburg auch vom Verdacht auf Wahlfälschung der Parteien Big Derga und WGD überschattet. Ja, das ist ein staatsanwaltschaftliches Verfahren. Das heißt, wir sind da raus. Wir arbeiten da mit der Staatsanwaltschaft zusammen. Aber da sind die im Moment wirklich in der Federführung, wie man so schön sagt. Also insofern sind wir jetzt auf die Ergebnisse gespannt. Auf das Wahlergebnis wird es keinen Einfluss mehr haben, weil die Stimmzettel, die dort gefunden worden sind, haben und werden auch keinen Einfluss auf die Wahl haben. Die Antworten zu Wahlpannen und Fehlern kann das Wahlamt erstmal nicht liefern. Spätestens im nächsten Wahlprüfungsausschuss soll es dann Klarheit geben.